Eine Freiluftausstellung in der ukrainischen Hauptstadt Kiew. Das Thema? Angriffe auf Journalisten in dem Krieg, der die Ukraine seit bald einem Jahr erschüttert. Acht Medienschaffende wurden dort im aktuellen Jahr getötet, weltweit waren es mindestens 57. Einmal im Jahr veröffentlicht die Organisation Reporter ohne Grenzen ihre Bilanz der Pressefreiheit. Aber nicht nur tote Journalisten listet der Bericht auf, auch jene, die im Gefängnis sitzen. China, Myanmar, Vietnam und Belarus sind traurige Spitzenreiter und seit diesem Jahr auch der Iran. Auffällig, der Anteil der Frauen an den inhaftierten Medienschaffenden ist in den vergangenen Jahren stark gestiegen. Man muss aber gar nicht so weit schauen, um Probleme zu finden. So ist Österreich dieses Jahr bei der Pressefreiheit weltweit auf Platz 31 abgerutscht. Reporter ohne Grenzen sieht dort unter anderem Schikanen der Polizei und eine Politik, die von Korruption geprägt ist. Weit entfernt ist Österreich damit allerdings von Ländern in Lateinamerika, der gefährlichsten Region für Journalisten, wie die Organisation schreibt. Fast die Hälfte der getöteten Journalisten arbeitete dort. Mexiko hält mit elf Toten einmal mehr den traurigen Spitzenplatz. Verhaftet, getötet, verschwunden, erpresst oder einfach schlecht bezahlt. Die neuesten Zahlen zeigen, dass eine freie Presse auch künftig nicht selbstverständlich ist.